Das ist die Geschichte von Sexy Hannelore. Das ist Sexy Hannelore, die an der Stange getanzt hat und daraufhin um ein Haar bei Let's Dance gewonnen hätte. Um ein Haar und bei LTL hätte sie sogar unter Vertrag genommen wegen ihrer Sexiness. Wurde sie aber nicht, deshalb tanzt Hannelore immer noch an der Stange und muss Hartz IV beziehen, um über die Runden zu kommen. Ende.